Hallo, ich bin Sina. Hi, ich bin Henry. Und wir zeigen euch heute, warum es cool ist, Steuerfachangestellte zu werden. Kommt mit! Die Aufgaben von Steuerfachangestellten sind die Buchführung bearbeiten, Jahresabschlüsse bearbeiten, Einkommensteuer erstellen, den Mandanten bei Fragen unterstützen und gegebenenfalls Bescheide prüfen. An der Ausbildung gefällt mir besonders gut der ständig abwechslungsreiche Arbeitsalltag und auch durch die neuen Gesetzesänderungen sind wir immer up to date und können sogar unseren Familien und Freunden bei Fragen rund um die Einkommensteuererklärung behilflich sein. Wenn du zur Gerke Econ Gruppe kommst, erwarten dich zahlreiche interne Schulungen, die dich steuerlich weiterbringen. Du hast immer einen Ansprechpartner durch deinen persönlichen Partner und zudem hast du Fachkräfte im ganzen Haus, die super kompetent sind. Wenn wir dein Interesse geweckt haben, dann freuen wir uns, dich schon bald in unserer Azubi-Runde begrüßen zu dürfen. Tschüss!